So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das Lego Minecraft Booster Karten, ein sogenannter Blister für 6 Euro. Und ja, ich habe das Starter Pack noch nicht angeboxt, weil ich es nicht gekriegt habe. Ganz ehrlich, boxe ich aber an. Aber das hier ist ein sogenannter Blister der brandneuen und aktuellen Lego Minecraft Serie. Was gibt es dafür für die 6 Euro? 4 Booster A24 Karten und eine limitierte und 4 Spezialkarten. Das sind ja meistens die bunten. Ihr wisst ja, was ich meine. Das sind die limitierten Karten. Ich hoffe, ihr könnt es so sehen. Die gibt es nur in Blister. Deswegen gibt es ja 4 Blister, 4 Multipacks und so weiter. Aber das brauche ich ja eigentlich keinem mehr zu erklären. Aber nichtsdestotrotz gucken wir uns jetzt mal die Booster Karten an. Und ja, es ist auf eine Art ein Wunschvideo. Mir wurde geschrieben, kannst du mal die neuen anboxen? Ja, aber wie gesagt, das Starter Pack habe ich noch nicht angeboxt. Das kommt demnächst, wenn ich es habe. Das ist die limitierte Karte. Und wie gesagt, ich kann mit Minecraft immer noch nichts anfangen. Das sind die Booster. Ich kann wirklich damit noch nichts anfangen. Der ist doppelt, fange ich damit an. Ich kann wirklich damit noch nichts anfangen. Ich spiele das Spiel immer noch nicht. Obwohl ja jetzt viele sagen, ah, das mit dem Lego Minecraft ist richtig cool gemacht. Ich hatte noch keine Zeit, da mal rein zu gucken. Aber, wie es eben gesagt ist, die Geschmäcker sind verschieden. Man muss nicht alles mögen, was andere mögen. Das ist die Spezialkarte wahrscheinlich. Ich lese meine Mitte. So, und jetzt kommen die Standard Booster Karten. Ja, habe ich natürlich auch ein schwachsinniges Video von gemacht, von ihm, wo da ein Magazin war. Habe ich sehr viele von, von den Großen. Aber, für mich, ganz ehrlich, sind die Motive nichts da. Hm. Aber, wie gesagt, ihr könnt mich eines Besseren belehren. Ah, das ist die Szene, das, ah, das muss so sein, und, und, und. Ein Drache und der Riese, das sieht schon nicht schlecht aus. Dritte Booster-Tütchen. Aus meinen ersten Blister, der neuen Lego-Minecraft-Serie. Und, oh, hier sind ja ein paar Orangefarben da drin. Ich kann mich immer noch nicht anfreunden. So, und das ist nun der vierte und letzte Booster-Tütchen aus meinem ersten Minecraft-Blister. Ich werde natürlich versuchen, von dieser Serie irgendwas unter das Video zu verlinken. Sicher, bequem, auf jeden Fall. günstig. Hm, ihr wisst, wenn was neu draußen ist, ist es teurer. Aber wenn ihr den Link benutzt, danke, 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 danke dafür. Dafür unterstützt ihr meinen Kanal, dass ich weiterhin für euch alles zeigen kann, wo ich Spaß dran habe, wo einige von euch Spaß dran. Ihr müsst nicht an alles Spaß haben, was ich mache. Ich weiß es selber. Aber, uh, der sieht's. Also, das waren sie jetzt, meine ersten Lego-Minecraft- Booster-Karten, Sammel-Karten, ein Blister mit einer levitierten Karte. Und jetzt seid ihr dran. Du, du und du. Wie findet ihr die Serie? Was haltet ihr von? Sammelt ihr sie selber? Habt ihr sie schon? Wollt ihr jetzt anfangen? Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich verlinke euch was. Danke dafür. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund. Ihr und eure Familien. Und dann wie immer. Bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu.